Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebs-Ascendenten. Herzlich willkommen zum Liebes-Zoroskop für den Oktober 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch eure Konstellation. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, stehe ich euch dafür natürlich gern zur Verfügung. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangstorf.com und alle Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr 15 Beratungen, 15 Minuten Beratung bei mir auch gewinnen. Wie ihr teilnehmen könnt, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Es wird bestimmt ein sehr schöner Monat für euch, denn ihr habt wunderschöne Konstellationen für die Liebe, für die Lebensfreude und für romantische Momente. Liierte Krebse mit Kindern erleben schöne und manchmal turbulente Zeiten mit der Familie. Jetzt schauen wir uns eure Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, den länger wirkenden Aspekten und Transiten. Und der wichtigste diesen Monat ist natürlich, dass Jupiter das Zeichen wechselt und ab dem 10. Oktober wird er dann im Trigon zur Krebssonne stehen, in eurem fünften Haus. Und dieser Aspekt bedeutet zurücklehnen und das Leben genießen. Endlich! Ihr habt ja auch so manches mitgemacht in den letzten Jahren und das wird euch gefallen. Der bringt ein großes kreatives Potenzial, Selbstvertrauen, auch größere Projekte gelingen jetzt leicht. Nur sorglos und träge solltet ihr damit nicht werden. Das ist ein bisschen die Gefahr bei diesem Trigon, dass man bequem wird und einfach nur noch als Couch-Potato herumhängen möchte. Die Position im fünften Sonnenhaus hier im Skorpion zeigt viel Lebensfreude, ob nun durch eine Affäre oder einfach indem ihr kreativ werdet und viel Spaß dran habt oder indem ihr guten Sex habt oder alles zusammen. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr jetzt mit Erfolgserlebnissen eurer Kinder rechnen, die euch auch froh machen. Der Schatz, den ihr bergen könnt, liegt in eurer eigenen Kreativität. Ihr findet jetzt Wege, wie ihr selbst euer Leben so gestalten könnt, dass es wieder mehr Spaß und Lebensfreude bringt. Das ist übrigens auch ein guter Aspekt, um durch Gewinnspiele etwas Geld zu erlangen. Ich sage euch dann immer an, wenn es einen guten Venus-Aspekt dazu gibt, dann könnt ihr es mal mit Lottospielen versuchen. Schaut euch bitte zu dem Jupiter-Transit mein Special, finde den verborgenen Schatz an. Und als erster empfangen dieses Trigon die Geburtstagskinder, die zwischen dem 22. und 26. Juni Geburtstag haben. So, dann geht es weiter mit dem langfristigen Aspekt von Pluto. Der steht hier schon lange bei euch im Partnerhaus und wird da auch noch einige Jahre bleiben. Habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Also entweder ist es schwierig, dass man einen schwierigen Partner hat oder dass man Druck bekommt durch einen Partner oder durch Begegnungen oder in Begegnungen mit anderen oder dass einen jemand, dem man begegnet, verändern will. Aber das kann auch sich positiv auswirken, nämlich dass diese Veränderungen dann positiv sind. Und deswegen sage ich euch ja immer, wenn ihr merkt, jemand will was verändern mit euch zusammen, dann müsst ihr halt gucken, liegt das auf eurer Linie? Seid ihr damit einverstanden? Findet ihr es gut? Wunderbar. Wenn nicht, müsst ihr dann da eben eine deutliche Grenze ziehen. Ihr habt aber die sehr gute Chance, wenn Jupiter durch den Skorpion geht, dass sich dann wirklich auch mit diesen starken Pluto-Aspekten in eurem Partnerhaus vieles zum Besseren wenden wird, weil da gibt es dann positive Aspekte. Das, wie gesagt, habe ich genau erklärt in dem Special. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das bedeutet nämlich, dass eine Harmonie entsteht, die eben auch den etwas schwierigen Pluto oder etwas schwierigen Partner oder die schwierige Partnersituation ein wenig verbessern kann und auflockern kann. Also da habt ihr sehr schöne Aussichten für das nächste Jahr. Deswegen unbedingt das Jahresroskop gucken. Muss ich aber erst noch fertig drehen. Okay, und die Opposition mit Pluto empfangen jetzt im Oktober diejenigen, die zwischen dem 8. und 11. Juli Geburtstag haben. Dann habt ihr ja noch das Trigon zu Neptun. Das ist ein sehr positiver Aspekt hier aus den Fischen in die Krebssonne hinein. Und das ist auch super, weil der wird sich ebenfalls mit Jupiter im Skorpion verbinden. Und das wird dann hier zwischen Neptun, Pluto und dem Jupiter hier im Skorpion für euch eine Dreifaltigkeit, die halt sehr günstig zur Krebssonne steht und die wirklich sehr positive partnerschaftliche und romantische Entwicklung begünstigt. Und dabei bestreicht der Jupiter hier den ganzen Bereich. Also alle Dekaden kommen damit mal dran und bringt da eine sehr gute Energie für euch rein. Und das Trigon zu Neptun ist ein sehr romantischer Aspekt. Das empfangen in diesem Monat die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und 6. Juli Geburtstag haben. Und zum Schluss dann noch das Quadrat zu Uranus im 10. Haus. Das hat euch ja auch schon einige Jahre ein bisschen gequält. Bringt Veränderungen wahrscheinlich im Job oder in der Karriere. Aber rein vom Aspekt her ist es eben ein Aspekt, der einen nervös macht, der Veränderungen erzwingen will, wo Sachen in der äußeren Welt passieren, auf die man sich einstellen muss, ob man nun will oder nicht. Damit seid ihr ja auch schon eine Weile beschäftigt, kann was Berufliches sein und kann aber manchmal auch eine Trennung mit sich bringen. Ist aber alles nicht mehr so schlimm, seit der Uranus nicht mehr in Spannung zu Jupiter und zu Pluto steht. Genau, aber ihr müsst trotzdem aufpassen, weil da gibt es ja das Halbquadrat jetzt zwischen Uranus und Neptun. Also alle romantischen Sachen, die ihr über das Internet anbandelt, müsst ihr ein bisschen aufpassen, sind tendenziell gefährlich, weil da sehr viel getäuscht wird, also noch mehr als sonst. Und man weiß echt nicht, mit wem man es zu tun hat. Also wenn den meisten Krebsen liegt das sowieso nicht, Internet-Dating. Aber wenn ihr das gerne macht, passt besonders auf und denkt an die 90-Tage-Regel. Erst nach drei Monaten könnt ihr das ernst nehmen. So leid es mir tut, so ist es nun mal. Genau, und dieses Quadrat zu Uranus, das empfangen jetzt im Oktober die Geburtstagskinder vom 18. bis 21. Juli. Aber das sind ja immer sehr langfristige Tendenzen auch. Gut, soweit also der Erlebnis Hintergrund. Jetzt kommen wir zu den erfreulichen aktuellen Konstellationen. Der Monat beginnt mit Sonne, Merkur und Jupiter in der Waage und die stehen bei euch im vierten Haus. Hier der Familie ist sehr prickelnd, deswegen turbulente Zeiten, ist viel los bei euch daheim. Und dann haben wir vor allen Dingen mal was super schönes für euch. Venus und Mars hier, die Liebesplaneten. Und die stehen super schön in einem schönen Aspekt zu eurer Sonne und dann auch noch in Verbindung mit Pluto, der in eurem Partnerhaus steht. Das ist wirklich eine heiße, schöne Energie für euch. Und die Energie wird eben hier von Pluto direkt in die Begegnung gelenkt. Das heißt, ihr könnt sehr spannende, charismatische Menschen kennenlernen, die euch faszinieren, die euch aber auch selber total faszinierend finden. Und ihr seid jetzt da auch gar nicht so schüchtern wie sonst, sondern jetzt gelingt es euch, charmant und sexy mit diesen interessanten Menschen zu plaudern. Und da ist denn auch der dritte Oktober gleich ein Top-Tag für euch. Aus dem Feiertag könnt ihr richtig was machen. Egal, ob ihr einfach Spaß mit netten Leuten in eurer Freizeit genießt oder ob ihr euch für die Geschichte interessiert und vielleicht an einer kulturellen Veranstaltung teilnehmt. Die Flirt-Energie steigert sich dann immer weiter bis zum Vollmond am Donnerstag, den 5. Oktober. Und der ist für euch ein bisschen in Spannung zur Krebssonne. Hier Fragewitter, das ist eine Spannung auf die Krebssonne. Das heißt, ihr könnt da bestimmt nicht schlafen. Aber hier die Konstellation mit Venus Mars ist halt auch top romantisch. Immer noch hier mit dem Partnerhaus auch. Ihr seid besonders charmant, auch im Alltag, zum Beispiel beim Smalltalk mit den Nachbarn oder beim Einkaufen. Ihr wirkt echt bezaubernd. Also, wenn ihr nicht schlafen könnt, entweder der Liebe dienen oder schöpferisch kreativ tätig werden. Ja, leider geht dann die Stimmung so ein bisschen runter. Ab dem 6. kommen hier die beiden Venus und Mars ins Quadrat zu Saturn. Und da ist ein bisschen so Ernüchterung angesagt. Und das ist vielleicht auch für euch der Fall. Aber ich glaube, fast eher nicht so sehr, weil ja trotzdem weiterhin die beiden zu euch in einem guten Aspekt stehen. Auf jeden Fall sollte es zu einer schwierigen Situation kommen, raten euch die Sterne in Beziehungsfragen nicht aus einem Impuls heraus, eine radikale Entscheidung zu treffen. Denn die Phase dauert nur ein paar Tage. Versucht da locker zu bleiben und nicht alles, was gesagt wird, persönlich zu nehmen. Genau. Und in dieser kritischen Phase am 10. tritt ja dann Jupiter in den Skorpion ein. Auch begleitet von vielen kosmischen Spannungen. Okay, aber trotzdem insgesamt für euch ein super schöner Aspekt. Und mehr darüber erfahrt ihr in meinem Special Finde den verborgenen Schatz, wo ihr diesen Schatz heben und finden könnt. Und dann wird die Stimmung so allmählich wieder besser. Und zum 14. wird es dann richtig gut. 14. Oktober, da geht nämlich die Venus in die Waage. Und damit auch in euer viertes Haus. Also top fürs Familienleben. Und am 17. Oktober geht der Merkur in den Skorpion. Bildet dort am 18. eine Verbindung zu Jupiter. Und das alles bei euch hier im fünften Haus und im super Aspekt zur Krebssonne. Das heißt, es bringt dann noch mal bis zum Monatsende günstige Tendenzen für eure Lebensfreude und eure Ideen, wie ihr euer Leben gestalten könnt, um den Spaßfaktor zu erhöhen. Dann haben wir ja den wichtigen Neumond am Donnerstag, den 19. auf 26 Grad Waage. Und das Thema ist ja, erwartet das Unerwartete. Und bei euch geht es um die Familie oder auch euer Heim oder eure Wohnung. Da könnt ihr jetzt eine lang ersehnte und völlig unerwartete Lösung für ein Problem finden. Und ganz wichtig, ihr solltet den Neumond nutzen, um über den Jupiter-Transit hier durch euer fünftes Haus nachzudenken. Wie wollt ihr die kommenden 13 Monate mit diesen schönen Tendenzen nutzen? Wie wollt ihr eure Lebensfreude steigern? Singen, tanzen, Karaoke oder euch auch endlich wieder mehr Zeit für eure Hobbys nehmen? Oder steht eine spannende Entwicklung für eure Kinder an, wo ihr euch jetzt engagieren möchtet? Über solche Fragen könnt ihr zu dem Thema meditieren. Dann gibt es einen Top-Tag, Samstag, der 21. Oktober. Das ist ein herrlicher Tag, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr zwischen den Laken herumtoben könnt. Aber auch wenn ihr Solo seid, ist es eine schöne Energie, um euch eurer Kreativität zu widmen. Am 22. geht dann der Mars ins Zeichen Waage in euer viertes Haus der Familie. Das kann euch ein bisschen gereizt machen. Das bringt zwar auch hier wieder Schwung rein und da ist dann immer am besten, man unternimmt aktiv was mit den Familienmitgliedern oder wenn ihr alleine wohnt, dann macht aktiv was in eurem Heim. Renovieren, Hausputz, irgend sowas, weil Mars bringt halt Schwung, Energie. Und der ist aber dann schon in einem reizbaren Aspekt die nächsten Wochen zu eurer Sonne. Da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr euch da nicht streitet, vor allem eben auch mit Familienmitgliedern. Aber zum Glück steht ja auch die Venus dabei und das ist ja dieser Aspekt mit Geben und Nehmen, wenn Mars in der Waage steht. Es kann also wirklich auch darum gehen, wer übernimmt welche Pflichten bei euch zu Hause. Wer bringt den Müll raus, wer räumt die Spülmaschine aus und solche Sachen. Von daher müsst ihr euch da auch so ein bisschen einig werden und einfach so als Team gemeinsam anpacken. Dann kann das auch funktionieren. Ja, am 23. Oktober morgen zum halb acht geht dann die Sonne ins Zeichen Skorpion und trifft sich dort am 26. mit dem Jupiter und das sind wieder schöne spannende Impulse, die das Thema des Jupiter-Transits verstärken. Lebensfreude. Und dann habe ich am Mittwoch, den 25. in dieser Phase einen Top-Tag. Liierte Krebse erleben, da besonders viel Geborgenheit durch den Partner. Dann am 26. bis 28. haben wir nochmal diese kritische Phase mit der Venus, Venus-Pluto. Und das könnte bei euch zum Beispiel Probleme mit einem eifersüchtigen Partner geben. Vielleicht fühlt ihr euch kontrolliert, vielleicht seid ihr aber auch selbst eifersüchtig. Das ist aber jetzt kein Grund, gleich Schluss zu machen oder ein riesen Drama draus zu machen. Das Blatt wird sich im November nochmal zum Besseren wenden. Also wartet noch ab. Und dann haben wir noch einen Top-Tag für euch am Dienstag, den 31. da ist Halloween, beziehungsweise das alte keltische Fest Samhain. Das ist ja der Ursprung davon. Und diese Konstellation ist diesmal sehr spirituell. Da bin ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober auch nochmal ausführlich eingegangen, habe ich die Sterne zu Halloween gedeutet. Und für euch stehen die Konstellationen super, ob ihr euch nun kreativ in ein Halloween-Kostüm stürzt oder ob ihr euch ernsthaft mit der magischen und spirituellen Seite dieses Festes beschäftigt. Ihr solltet auf jeden Fall etwas schönes unternehmen. Es lohnt sich. Was machen eure Sterne im Oktober? Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Ihr postet mir bitte hier auf YouTube einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt. Und abonniert einfach meinen Kanal. Hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpionen schaut euch auch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.